Wir sind wieder da, bei Mario Party 8. Wir sind mitten in dem Wunder, äh, in dem Brett. SkyGuy ist wunderbar. So, ich bin jetzt 2 gegen 2 und ich darf diesmal hämmern. Nein, ich muss wieder Korrekt fliegen. Na gut, was soll schon schief gehen? Da, 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 da. So, mach hin, Toad. Komm, hopp. Das sieht nach einem eindeutigen Sieg für uns aus. Es sei denn, Toad macht jetzt Faxen. Und er macht wirklich Faxen. Nee, jetzt geht er los und verhaut den Maulwurf. Und wir haben gewonnen, Bitch. Gegen den overpowereden Luigi. Dieses Spiel, wir sind in Runde 12, jetzt kommt Runde 13 sogar schon. Oh nein. Dieser Toad ist echt eine Sau, das gibt's nicht. Der hat mir gerade schon 10 Münzen abgezogen und er kommt nicht an mich ran. Wäre auch ein bisschen betrügerisch gewesen. Naja gut, er hat das Bomberung halt bekommen. So, ich weiß nicht, wo er schießt, Hauptsache er ist nicht direkt beim Stern, dann ist alles gut. So, Freunde, das Notenfeld ist jetzt ganz hinten im Zug, wenn ich's richtig gesehen hab. Und das kann jetzt nicht wahr sein, wa? Scheiße. Es läuft nicht so wie geplant. So viel kann ich sagen. Und Luigi würfelt Zahlen, das ist einfach unglaublich. Also, wenn der den Wanderstern nicht kriegt, also sollte es den Wanderstern geben, dann weiß ich auch nicht wer. Und es wird wieder vertauscht. Und Yoshi darf jetzt ganz an den Anfang, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich bin am Zug und werde... Hat Luigi ein Bonbon? Nein, natürlich hat er keins. Ja, gut, eine Acht, wenigstens mal was Gutes, gewürfelt. Und ein Dreierwürfel, nice. So, was hast du zu bieten? Oh my God, ein Duell-Bonbon. Her damit. Bon Appetit. Bon Appetit. Ja, danke. Next Minigame. Wieder zwei gegen zwei. Wieder ich und Toad. Toad und ich, mein ich natürlich. Und zwei Kapitänzehne spielen wir wieder. Auf geht's. Und da fahren wieder die Baumaschinen lang. Die Bagger und des Weiteren habe ich am letzten Part schon erklärt. So. Souverän. Bis zum Ziel. Nein, nein, nein. Und daten werden gespeichert, Mami. Weiter geht's. Hoi. Tod kriegt schon mal Kohle. Verliert schon mal Kohle, meine ich. Der Typ hat jetzt natürlich Glück, hat er nichts. Oder? Was passiert jetzt? Der Käpt'n kommt. Aha. Das ist das Ereignisfeld. Es gibt nur einen Verdächtigen. Mini-Mauser. Und jetzt, genau, jetzt muss er sich den Waggon aussuchen. Das ist der Blaue hier, glaube ich, sogar. Ja. Ja, da ist er. Ja. Und er kriegt... What the... Fuck. 20 Münzen geschenkt. Ja, das ist das Ereignisfeld mit diesem Diebstahl. Das finde ich richtig nice, eigentlich. Gute Idee. So, ich könnte mich jetzt schon duellieren, eigentlich. Aber mache ich nicht. Ich will ja erstmal den Stern abgreifen noch. Ein Dreimalbonbon zum Beispiel habe ich noch. Das nehme ich jetzt als erstes. Bevor ich irgendwas anderes nehme. Eine Sieben. Eine Sieben. Und noch eine Sieben. Es wäre zu schön gewesen, hätten wir dreimal die Sieben bekommen. Aber, ganz ehrlich, das kriegt sowieso niemand hin. So, wir kriegen den Stern. Jawohl. Her damit. Da, ba, 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 ein Stern. Yes. Nummer drei. Das ist sehr, sehr nice. Sieben dürfen wir noch gehen. Noch ein Dreimalwürfel. Ja, geil. Und Kamek kommt wieder. Und jetzt bin ich leider wieder auf dem, naja, auf dem zweiten Waggon da. Aber passt schon. Passt schon. Sollte sich die Möglichkeit dann ergeben, werde ich mich duellieren. Aber ich denke, ich werde erstmal den anderen Dreierwürfel, ähm, was heißt ausprobieren, einsetzen. Oh, Duell. Das sieht nach einem Kampf aus, meine ich. Ja. Wenn der alles auf blau ändert, dann ist es meistens ein Kampfminispiel. Und er sammelt ein. Wieder nur zehn. Das gibt's auch gar nicht. Aber diesmal kann jeder bezahlen. Das ist das letzte Kampfminispiel. Nein, nein. Oh, ja. Oh, Gott sei Dank nicht das Glücksspiel. Nein. Wir spielen wieder Herrscher der Scholle. Das ist das meistgespielte Kampfspiel hier. Auf geht's. Ja, das kann jetzt natürlich wieder länger dauern. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Ah. Oh, ich wurde platt gestampft. Yes, ich hab Toaddown gekickt. Das ist schon mal wichtig. Weil der ja der overpowered CPU ist mit Luigi. Also Yoshi hat überhaupt nichts zu melden hier. Äh. So. Alter. Die gehen richtig ab gerade. Aber ich hab Luigi gefuckt. Aufpassen jetzt. Ja, sie liegt. Jetzt, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Ja. Ich bin der Herrscher der Scholle. Da, 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 da. Münzen her. Ja, ich krieg 28. Wie geil ist das denn? 99, das ist schön. Oh, ja, 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 ja. So. Genug der Feiereien. Ich weiß nicht, kommen noch 5 Runden? Ne, da sind noch 6, oder? Ja. So, Toad geht auf ganz Nummer sicher. Ich mein, da ist doch der, der, der Schaffner da vorne, oder? Ja, obwohl, ne, der müsste noch sogar durch 2 Waggons. Ne, alles richtig gemacht, Toad. Alles gut. Aber würfeln kann er nicht. Ja, doch, ist in Ordnung. Bloß nicht auf das Notenfeld, dann ist alles okay. Stern Nummer 3 für Toad. Okay. So, Yoshi wird ein Duellbonbon wahrscheinlich erhalten in der nächsten Runde, weil er letzter ist. Da ist er. Würfelt nur 4. Oh shit, das sieht mir nach Bowser aus. Wenn ich's, wenn ich's jetzt... Ne, okay, es ist der letzte Waggon. Gut. Kein Bowser. Alles gut. So, Luigi, dann zeig mal, was du doof hast. Einen neuen. Ja, wenn die CPUs das wollen, dann kriegen sie den Stern auch. Das ist halt ein bisschen blöd an diesem Spiel, aber macht nichts. Kohle gibt's da nochmal aus. Für einen Doppelwürfel wahrscheinlich. Nein, für noch ein Kegelbonbon. Warum? Naja, manche Sachen muss man ja nicht verstehen im Leben. Und auch er kriegt aus irgendeinem Grundstern Nummer 3, obwohl ich die ganze Zeit hier mache und tue und trotzdem haben die alle genug Kohle, um sich das zu kaufen. Das gibt's doch nicht. Ach, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt schon wieder nicht unser Waggon. Alter, jetzt bin ich im ersten Waggonwaggon. Oh, Simon, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch... Aha. So. Dann werfe ich... Dann würfel ich noch dreimal und hoffe, möglichst weit wegzukommen von den ganzen Leuten hier. Das ist gut. Das ist nicht gut. Na, klasse. 23. Und ein zweites Süßmaulbonbon. Yay. Ah, ja, was hast du? Ich geh noch mal zu ihm rein. Noch ein Duellbonbon oder ein Dreierkomm. Also den Dreierwürfel nehme ich gerne. Äh, ja. Ich werfe natürlich eins weg. Und zwar das Süßmaulbonbon. Braucht kein Schwein. Und ich verliere Cash. So. Und es wird 2 gegen 2 gespielt. Ah, geil. Ba, ba, ba. Bum, bum, bum. Ja, dürften wir gewinnen. Sollte nicht schief gehen. So. Ich halte mich rechts auf. Du links. Gut gemacht. Ja, das war schlecht von Luigi. Aber wir sind bei weitem vorne. Na, komm schon. Geh drauf, Mann. Yes. Das ist souverän. Wir haben einen ganz, ganz großen Vorsprung. Wir müssen schon echt schlecht sein, um das noch zu verlieren. Nein. Das ist ein ganz klarer souveräner Sieg. Und das freut mich. Das heißt, ich bleibe an der Spitze. Hey. Ba, 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 ba. Dieses Spiel ist so toll. Und jetzt gibt es die letzten 5 Runden, Leute. Wer kriegt was? Wer gewinnt? Wer verliert? Korrekt. Hallo. Bili, bili, baller, baller. So heißt der Typ tatsächlich. So. Mario führt. Ja. Finde ich gut. Dann Luigi. Die beiden Brüder. Aha. Okay. Tot. Und der arme Dino ist leider auf dem letzten Platz. Ja. Gut. Gebe ich mir einfach mal ein Bonbon, würde ich sagen. Okay. Oder was macht der auf dem Brett hier? Der kriegt auch schon ein Bonbon. Ein Duellbonbon. Ja. Wäre natürlich nice, wenn er es wegwirft. Wirft das Duellbonbon weg. Komm. Ja. Er wirft es tatsächlich weg. Wow. Er will kein Duell. Aber ich werde ihm trotzdem eins liefern. Das kannst du aber glauben, Yoshi. So. Ich glaube, das Notenfeld wird auch keiner mehr betreten. Was da passiert? Der Zug hält und ihr steigt an einer Haltestelle aus. Und dann gibt es da einen kostenlosen Stern. Nice, oder? Aber das werden wir wohl nicht mehr sehen in diesem LP. So. Yoshi wird jetzt an mir vorbeiziehen. Oh shit. Und das macht er mit großem Krawall. Und er landet auf dem Notenfeld. Schwert bekloppt. Fuck. 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 Oh nein. Jetzt muss ich mir tatsächlich sogar richtig gut überlegen, was ich mache. Ob ich wirklich... Das ist jetzt schwer. Ich kann hoffen, durch mein Duellbonbon... Oh, nee, 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 nee. Nee, nee. Hat keinen Sinn. Dann werde ich versuchen, im nächsten und damit letzten Part, ähm, da was rauszuholen. Aber so hier, nee. 6-4-4. Nicht gut gewürfelt, aber weit komme ich trotzdem. Nein. Einen Bonbon möchte ich jetzt nicht mehr haben. Ein bisschen Kohle kriege ich auch noch dazu. Passt alles. Yoshi hat ja auch nur zwei Sterne. Der kann ruhig einen dritten bekommen. So. Was wird gespielt? Eins gegen drei gegen Tod. Das war irgendwie zu erwarten. So, Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Zum letzten Part von Mario Party 8. Wenn es dann heißt, hüpfen im Takt, scheiß die Wand an. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.